Im letzten Video habe ich dir gezeigt, wie man Klassen definiert und davon dann Objekte erstellt. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man das Erstellen von Objekten wesentlich einfacher gestalten kann, mit Hilfe vom sogenannten Konstruktor. Bleib unbedingt dran, es wird spannend. Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und das hier ist der bereits 15. Teil unseres C-Shop Programmieren Crashkurses hier auf YouTube. Im heutigen Video geht es mal um ein eigentlich sehr, sehr einfaches Thema und zwar geht es um den Konstruktor. Das wird kein langes Video, denn das ist eigentlich sehr schnell erklärt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Frage, was ist ein Konstruktor überhaupt? Und diese Frage ist eigentlich ganz einfach beantwortet. Ein Konstruktor ist eine spezielle Methode, die immer beim Erstellen eines Objekts aufgerufen wird. Ein Konstruktor ist also eine Methode, die immer, wenn wir von einer Klasse ein Objekt erstellen, aufgerufen wird und man nutzt den dazu, um das Objekt quasi zu konstruieren. Also um zum Beispiel Eigenschaftswerte zu initialisieren, Variablenwerte zu initialisieren oder sonst irgendwelche anderen Dinge zu machen, die eben beim Erstellen eines Objekts passieren sollen. Das ist also der Konstruktor. Einfach eine Methode, die immer dann aufgerufen wird, wenn wir ein Objekt von einer Klasse erzeugen. Das ist also quasi die erste Methode, die innerhalb von einem Objekt immer aufgerufen wird. Und jetzt möchte ich dir dazu einfach mal ein Beispiel zeigen. Hier siehst du mal eine Klasse, denn diese Klasse heißt Person. Diese hat drei Eigenschaften, und zwar einen String Vorname, einen String Nachname und ein Integer Alter. Was Eigenschaften im Detail sind, wirst du direkt im Anschluss im nächsten Video dann noch lernen. Aber stell dir die jetzt einfach vor wie ganz normale Variablen. Und hier unten siehst du, haben wir einen Konstruktor. Dieser sieht auf dem ersten Blick aus wie eine Methode. Und ja, das ist ein Konstruktor auch, nur dass ein Konstruktor eine ganz spezielle Methode ist. Und zwar die Methode, die eben als allererstes in einem Objekt aufgerufen wird. Den Konstruktor definiert man wie folgt. Man schreibt jetzt in den allermeisten Fällen Public. Man muss einen Konstruktor nicht Public machen, aber meistens machen wir diesen Public. Dann schreiben wir hier den Namen der Klasse. Und der Rest sieht ganz einfach aus wie eine Methode auch. Das heißt, wir haben hier dann ein Klammerpaar, da haben wir eine Parameterliste. Und dann können wir mit diesen Parametern, zum Beispiel im Konstruktorkörper, die Eigenschaften Vorname, Nachname und Alter initialisieren. Und jetzt kommt das Besondere. Der Konstruktor wird jetzt immer dann aufgerufen, wenn wir ein neues Objekt von dieser Klasse erzeugen. Das heißt, wir erstellen hier zum Beispiel eine neue Variable vom Typ Person. Die nennen wir Person 1. Und da wollen wir jetzt mithilfe des New-Schlüsselworts ein neues Objekt rein speichern, das wir instanziieren aus dieser Klasse. Und du siehst, das ist ja hier erstmal nichts Neues. Wir schreiben New Person, um das Objekt zu erzeugen. Und in das Klammerpaar nach Person schreiben wir jetzt hier tatsächlich Parameterwerte rein. Und diese Parameterwerte, das sind die Werte für diese Parameter von dem Konstruktor. Das heißt, wir übergeben hier dem String Vorname, hier den String Andrea, dem String Nachnamen übergeben wir hier den String Müller und dem Integer Alter übergeben wir hier die Zahl 43. Und damit, mit diesen Werten, werden dann die Eigenschaften Vorname, Nachname und Alter innerhalb des Konstruktors initialisiert. Und das möchte ich dir jetzt einfach noch in der Praxis zeigen. So, da sind wir also in Visual Studio. Und damit du das Ganze jetzt auch nochmal in der Praxis gesehen hast, schauen wir uns hier jetzt nochmal ein Beispiel an. Wir haben hier nochmal dieselbe Klasse, die wir im vorherigen Video schon erstellt haben. Und zwar diese Klasse Person. Diese hatte ja die drei Eigenschaften Vorname, Nachname und Alter. Und die hatte ja auch diese Methode Sage Etwas. Und jetzt können wir ja nochmal hier hochgehen in die Main-Methode und von Person ein Objekt erzeugen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Wir erstellen eine Variable vom Typ Person. Die nennen wir einfach mal Person 1. Und da können wir jetzt ein neues Personenobjekt reinschreiben, indem wir hier schreiben New Person, Klammer auf, Klammer zu und dann Semikolon. Jetzt ist das Problem, dieses Personenobjekt hat noch keinen Wert für Vorname, Nachname und Alter. Und deswegen müssen wir diese Werte jetzt erstmal per Hand zuweisen. Das heißt, ich muss jetzt sagen, Person 1 Punkt Vorname ist zum Beispiel Peter. Person 1 Punkt Nachname ist zum Beispiel Meier. Und Person 1 Punkt Alter ist zum Beispiel 32. Und jetzt kann ich hier auch auf Person 1 Sage Etwas aufrufen. Und da muss man natürlich auch noch einen String übergeben. Hallo Welt. So. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann sehen wir Peter Meier Hallo Welt. Ganz einfache Geschichte also. Du merkst aber, es ist ganz schön umständlich, wie wir hier bei jedem Personenobjekt dieses Vorname, Nachname und Alter immer einzeln per Hand zuweisen müssen. Und genau dafür gibt es eben die Möglichkeit, einen Konstruktor zu definieren. Und das machen wir jetzt einfach mal. Gehen wir also nochmal hier in unsere Klasse Person. Und gehen wir hier unter diese Eigenschaften mal am besten. Und definieren wir hier einen Konstruktor, mit dem wir diese Eigenschaftswerte direkt zuweisen müssen. Wir machen einen Konstruktor, indem wir zuerst einmal sagen, dass wir diesen Public machen wollen. Also wir können einen Konstruktor auch Private machen und jeden anderen Zugriffsmodifizierer da eigentlich auch verwenden. In den allermeisten Fällen, ich würde sagen in 99% der Fälle, macht man diesen aber Public. So, was diese Zugriffsmodifizierer Public, Private und so weiter sind, das wirst du auch noch lernen. Aber machen wir den jetzt einfach mal Public, damit der auch von außen zugreifbar ist. So, und den Konstruktor, den definiert man, indem man einfach den Klassennamen schreibt, gefolgt von einem Klammerpaar, welcher die Parameterliste für den Konstruktor ist. Wir wollen erst einen String Vorname übergeben, dann wollen wir einen String Nachname übergeben und dann wollen wir einen int Alter übergeben. Und dann kommt schon der Methodenkörper, beziehungsweise der Konstruktorkörper, in Form von so einem geschweiften Klammerpaar. Und hier drin können wir jetzt einfach sagen, Vorname großgeschrieben, das ist ja hier unsere Eigenschaft, ist Vorname kleingeschrieben. Das ist ja hier dieser Parameter. Dann können wir noch sagen, Nachname ist Nachname und Alter ist Alter. Und wenn wir jetzt nach oben scrollen, dann sehen wir, haben wir hier einen Fehler, denn jetzt müssen wir diese Parameter tatsächlich übergeben, wenn wir ein Objekt vom Typ Person erstellen. Das heißt, ich kann hier mal das wieder weglöschen und kann hier jetzt einfach sagen, okay, ich möchte ein neues Personenobjekt erstellen. Das nenne ich einfach mal Peter Meier und der ist 32 Jahre alt. Und wenn ich jetzt wieder Person 1 sage etwas aufrufe, dann sehen wir, ist das auch wieder der Peter Meier, der Hallo Welt sagt. Und damit können wir uns eben dieses Objekt erzeugen wesentlich einfacher gestalten. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst, falls du es noch nicht getan hast. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.